Mein Name ist Ilja Woll. Und mein Name ist Sven Fabel. Und wir sind von FMW Design & Production Gameberg. Wir haben uns in der Meisterschule Weiterstadt kennengelernt in Darmstadt. Dann haben wir uns Gedanken gemacht, was machen wir nach der Meisterschule. Und heute sind wir Fabel Innovationsbau und Wolf Raumdesign. Wir haben als Start-up einen super Start hingelegt. Tolle Kunden, tolle Projekte und plötzlich kam alles anders. Die Corona-Krise hatte uns schon hart erwischt. Die Kunden wurden vorsichtiger und viele haben keine Finanzierung bekommen. Die Termine wurden verschoben. Aber wir sind froh, dass wir wirklich in dem Zeitraum, in dem wir gegründet hatten, tolle Kunden an der Seite hatten, die uns auch in der speziellen Situation nicht im Stich gelassen haben. Was man auch sagen muss, ist, dass man bei gewissen Sachen, wo wir einfach nicht genau wussten, inwiefern wir jetzt auch systematisch vorgehen, einen guten Ansprechpartner hatten, wie die Handwerkskammer, die uns da wirklich gut informiert hatte. Und uns war auch wirklich wichtig gewesen, dass man das Personal, was man beschäftigt, weiterhin voll mit 100 Prozent beschäftigen kann, ohne in Kurzarbeit zu schicken. Und da wollen wir uns auch nochmal bei den Kunden bedanken, die uns da so unterstützt haben in der Zeit. Und wir blicken der Zukunft optimistisch entgegen.